ok Freunde wusch im Hals Belichtung ja ich hab grad ziemlich viel gefressen und jetzt mach ich mein Paket auf hier von on fire on fire und da mach ich mit einer Hand ok ok ich komm nicht rein zum Glück liegt hier sicher aufbewahrt Zweimalausrichtung und eine Erste Hilfe Peck weiß ich mir bei so welchen Sachen wehtun äh das ist ja gefährlich uh ok 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 jetzt komm ich aber rein ja Retourschein den wir hier doch nicht brauchen hoffentlich jetzt kommen wir eine Sache näher so beautiful das ist das ist ein richtig geiler Wasserfilter ja ich kann Schmutzwasser trinken Leute was haben wir noch eine Klappsäge eine Klappsäge auch geil auf die habe ich mich richtig gefreut auf die habe ich mich richtig gefreut Speedsafe Handschuhe Schnittschutz der Meisterklasse dann hier dann hier hier das ist ein Feuerstahl auch richtig geil und da man weiß ich nicht wie lang ist das das ist 11 Strenge Digga sogar eine Zunderschnur Digga das ist heftig 30 Meter das sind 30 Meter Seiler das ist happiness das ist Freudenträne okay ich werde das jetzt noch dahin stehen und ein paar andere Aufnahmen machen fresh schneide ich da ein bisschen Hallo 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 Ah zu viel Hallo 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 It's me again Da bin ich schon mal gespannt Da bin ich schon mal gespannt hier okay okay oh ich habe zu sieben oh das sind richtig dicke Glutstücke Feuerstein werden wir wahrscheinlich bald ausprobieren ob das gut geht da nehme ich euch natürlich mit okay weiter Schnitt was haben wir noch was haben wir noch hier hier diese tolle G-Saw 240 die kann man da einfach so drauf nehmen oh das ist ja ist ja easy schau das nehme ich einmal so ist schon offen oh 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 diga 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 haha ich freue mich ich freue mich Leute ich freue mich oh scharf 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 ich freue mich schon aufs schneiden was ist das immer den Schutz drauf machen dass wir uns recht weh tun jetzt kommt das wichtigste also wichtigste es ist halt L und ich weiß halt nicht ob es noch passen was keine ahnung was das ist aber jetzt kommt jetzt zu den Handschuh oh die fühlt sich schon so mega geil an ich hoffe die passen die sind dann ill aber die passen die fühlen sich so safe an mit denen kann man alles machen riechen ach leute es ist halt ein bisschen es ist schnittsicher hoffe ich halt ja reinstechen kann man schon aber schnittsicher das ist schon mal wichtig da ich meine ich die weh tue bei meinen Abenteuern ey die sind richtig geile passen wie angegossen wie angegossen schutz ist wichtig Leute schutz ist wichtig richtigen Räder da diesen Wasserfilter den werden wir auch bald am Fluss ausprobieren also ich werde jetzt keine Lacke trinken ich weiß nicht wie weit gut der funktioniert aber ich freue mich drauf ich freue mich drauf Leute ich schaue die ganze Zeit nicht in die Kamera uuuu my eye is beautiful my eye is beautiful und der Parkert Entschuldigung Leute das werde ich jetzt nicht aufmachen aber auch richtig geil oh Leute was ist los ey ey Digga wo bin ich wo bin ich wo bin ich hier in meinem Room ok schön dass wir es geklärt haben da ist mein Workspace oh schaut geil aus mit den Punkten da auf jeden Fall das wird in meinem Vlog reingeschnitten also ciao ciao Leute küsschen aufs Nüsschen haha ciao